Hab dich, Streberin Lucy! Du weißt, was zu tun ist! Geh in den Spind! Hey, mach die Tür zu! Ich dusch gerade! Wenn das so ist... Geh in einen anderen Spind! Könntest du etwas leiser sein? Okay, da ist noch ein Spind! Hey, der ist schon besetzt! Ich war zuerst hier! Nein! Dieser Spind ist für meinen Nerd! Das hättest du wohl gerne! Leute, hört auf zu streiten! Zwei auf einmal! Cool! Ich bin Sean! Wir müssen zusammenarbeiten! Okay? Wie man sich gegen Fieslinge wehrt! Mein Masterplan ist clever! Das glaub ich nicht! Lass uns lieber einen Kaugummistreich machen! Sean, du bist so ein Feigling! Mein Plan wird bestimmt funktionieren! Hallo, Mr. Kosinus! Aha! Ihr habt vor, einen Fiesling zu schlagen? Genial! Gib mir fünf! Ja! Der Lehrer ist auf unserer Seite! Operation Tritt mich! Ein Fiesling mit einem Köder fangen! Mich treten? Wenn du danach fragst? Reingelegt! Meine Hand! Das war's! Na, warte! Oh! Ich stecke fest! Ein Schnurrbart und eine Brille! Jetzt bist du auch ein Nerd! Das war genial! Oh nein, da ist ein Fiesling im Flur! Hm! Was soll ich tun? Welchen Rat kann ich aus dem Buch, wie man sich vor einem Bärenschutz bekommt? Erster Schritt! Ein wütendes Brüllen! Nicht gerade hilfreich! Zweiter Schritt! Lauter Lärm! Nee! Dritter Schritt! Stell dich tot! Der Nerd ist verrückt geworden! Es hat funktioniert! Bücher helfen mir immer! Erledigt! Leute, kommt rein! Willkommen in unserem geheimen Nerd Club! Zu spät! Wie lautet der Code? Leute, erinnert ihr euch an den Code? Ich flehe euch an! Schreibt ihn in die Kommentare! Mein Football! Mach eine Pause! Träum süß! Den Ball liebt er also über alles! Lass uns seinen Schatz stehlen! Wir haben den Ball! Du liest, hm? Hast du vergessen, wer der Chef ist? Der Flur gehört mir! Und das ist dein Lieblings-Spy! Nein, nein, nein! Nicht mein Ball! Rütt ihn nicht an! Ich mach, was ihr wollt! Schatz sucht! Hier sind unsere Bedingungen! Okay! Vieh, Sling! Vieh, Sling! Los! Okay, Auszeit! Gib mir meinen Ball zurück! Hier! Was? Ist das Phil? Ich werde euch trotzdem eine Lektion erteilen, ihr dummen Nerds! Mein berühmter Spuckball kommt! Ich benutze ein Buchschild! Wer war das? Ups! Phil! Ich weiß, dass du es warst! Ah! Au! Mein Kopf! Das ist meine Note! Ich hab's immer noch drauf! Loser schon! Hab dich gefunden! Nein, bitte! Kein Wasserballon! Wo willst du hin? Hat dir die Dusche nicht gefallen? Stopp! Ich weiß die Antwort! Easy peasy! 24! Oh! Ich muss los! Du kriegst mich nicht! Was? Hm? 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 Was? Da liegt ein Fehler vor! Nancy ist ein Loser! Jetzt ist es richtig! Oh! Schnell weg hier! Oh nein! Die Tür ist verschlossen! Du musst ziehen, du Genie! Oh, stimmt! Zieh dir ein Kittel an, Sean! Lass uns mit dem Plan Spritze weitermachen! Komm schon, mein nasser Freund! Wir werden den Nerd nass machen! Bekommst du heute auch eine Spritze? Setz dich! Los nicht! Ha! Es hat geklappt! Lauf! Hör auf zu streiten, Nerd! Los! Skate! Bye! Hilfe! Hab dieses Ding ne Bremse? Lucy? Wo willst du denn hin? Wir machen weiter mit dem Hubba-Bubba-Plan! Kau schon, kau! Ich mach ein Airbag für dich! Oh nein! Dein Plan hat funktioniert! Dankeschön! Nerd! Nimm das! Hey, meine Haare! Na, warte! Hahaha! Wir fangen gerade erst an! Sean? Ich brauch Verstärkung! Esta la vista, Baby! Oh oh! Nicht schießen! Komm schon, Sean! Sehr gut! Du hast nicht mal getroffen! Und, wer ist jetzt der größte Loser, Phil? Nerds reinlegen! Das gefällt mir! Das sollte ich mal ausprobieren! Hallo? Ja, klar! Ich würde gerne ein paar Nerds ärgern! Moment! Ich wittere einen Nerd! Ich ruf dich zurück! So, so, so! Was hast du vor? Love Freak! Au! Nerds haben eine Falle für mich aufgestellt! In welchem Rucksack hat Lucy mein Lieblingsmagazin versteckt? Leute, wisst ihr es? Im ersten, zweiten oder dritten Rucksack? Kommentiert unten! Schnell! Ihr könnt euch nicht von mir verstecken! Warte! Du kannst die Bibliothek nur betreten, wenn ein IQ höher als 120 ist! Was? Ich glaube, der Sensor ist kaputt! Nein, ist er nicht! Ich werde ein Foto mit dir machen! Du darfst nicht reinkommen! Ha, Loser! Lass mich dein IQ ansehen! Genial! Willkommen! Hallo! Darf ich reingehen? Ein neuer Anzug macht dein IQ nicht höher, Kumpel! Bye! Oh, ein neuer Nerd? Nein! Ich bin einer von euch! Bitte nicht! Laufstreber, lauf! Der Test beginnt! An die Arbeit! Was? Bist du bereit schon? Klar, Lucy! Wir sagen dir die richtigen Antworten! Mach die Notizen, Phil! Cool! Phil, gib mir deinen Test! Oh, so viele Fehler! Sehr gut, Leute! Außer Phil! Du hast den Test vermasselt! Ach, wirklich? Danke für die Hilfestreber! Oh, sieh mal, Lucy! Sind das Bücher? Wir müssen sie einsammeln! Oh, noch mehr Bücher! Loser, ihr seid gefangen! Das ist meine Rache für meine schlechte Note, kapiert? Was ist denn hier los? Phil? Es ist seine Schuld! Meine Lieblingseinsatzschüler! Phil, denk über dein Verhalten nach! Leute, wir haben einen neuen Schüler in der Klasse! Noch ein Nerd! Hier sieht es ziemlich langweilig aus! Ich bin Phil! Ich will mir den Namen merken! Au! Meine Hand! Lass sie los! Okay, ich hab's kapiert! Wow! Das ist ein Super-Nerd! Sie haben Glück! Wer kann diese Formel beenden? Wer will an die Tafel kommen? Aha! Ich! Hä? Hm? Wow! Er ist so kreativ! Alles ist richtig! Er ist ein echtes Genie! Gib mir fünf Kumpel! Lass mich in Ruhe, Loser! Was denkt ihr, wer der ist? Hier ist ein neues Projekt! Wir wehren uns gemeinsam gegen den neuen Fiesling! teinen Hand. Das ist schon wichtig. Anscheinung hat sich das guilt gelegt! Nein, es可以! Wir gehen! Das war doch sehr her. Vielen Dank.